Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Eine Woche ist ja schon wieder vergangen. Die Zeit war rennt, aber das ist auch ganz gut so, denn ich habe etwas, was ich euch unbedingt zeigen möchte. Heute stand der Postbote vor meiner Tür mit einem Paket und ich habe mich total gewundert. Hä, habe ich irgendwas bestellt? Nee, eigentlich nicht. Was kann es sein? Ja, und da drin war folgender Rucksack von dem Label My Beautiful Bag. Genau, was es damit auf sich hat und ich zeige euch den auch gleich noch mal richtig, aber was es damit auf sich hat, muss ich euch erst mal erzählen. Und zwar habe ich das Label My Beautiful Bag auf der Fashion Week kennengelernt vor ein paar Monaten im Green Showroom. Der Green Showroom, das ist so ein Ausstellebereich im Adler & Kempinski Hotel, wo Labels und Designer die grüne Mode produzieren, ihre Sachen präsentieren können. Und dort habe ich eine Frau kennengelernt, Colette, eine Französin, die für dieses Label halt arbeitet, für My Beautiful Bag. Und mit ihr habe ich mich sehr viel über nachhaltige Mode unterhalten und sie hat mir echt viel erzählt, mich umfassend informiert über dieses Thema. Und eigentlich war dieses Gespräch, ja, eigentlich war dieses Gespräch einer der Gründe, warum ich diesen Blog überhaupt ins Leben gerufen habe. Weil sie mich doch etwas wachgerüttelt hat und ich mir dann im Nachhinein echt Gedanken über mein Konsumverhalten gemacht habe. Und genau, deswegen habe ich dann diesen Selbstversuch gestartet. Also eigentlich ist sie dafür verantwortlich, dass es diesen Blog überhaupt gibt. Und wir standen dann noch eine Weile im E-Mail-Kontakt, haben uns immer so hin und her geschrieben. Ja, und dann kam heute der Postbote vorbei und hat mir ein Päckchen gebracht. Und dort drin war dieser großartige Rucksack. Ich bin total baff, ich kann es kaum glauben, dass Colette mir wirklich diesen Rucksack geschenkt hat. Ich kann euch ihn ja nochmal zeigen. Also das ist er. Er ist wirklich total groß und geräumig. Also für einen Wochenendausflug reicht er allemal. Ja, da passt echt viel rein. Ich habe ihn jetzt in Türkis erhalten, also mit türkiser Logoschrift. Und innen ist er auch noch Türkis. Den gibt es aber, glaube ich, auch in anderen Farben. Also ihr könnt ja gerne mal auf die Seite gehen von My Beautiful Bag. Beautiful mit B-I-O geschrieben, also wie Bio. Die haben auch noch ganz viele Taschen, kleinere Handtaschen, große Shoppingbags und so weiter. Also die haben echt eine große, große Kollektion, große Auswahl. Und die Sachen werden alle aus zertifizierter Bio-Baumwolle hergestellt. Und der Rucksack fühlt sich auch total hochwertig an. Das ist wirklich ein gutes Material. Man merkt einfach, man kann damit echt meine Fahrradtour machen oder den auf Reisen mitnehmen oder so. Der würde bestimmt halten. Also ich werde das austesten. Aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr stabil an. In Hollywood ist der übrigens schon total angesagt, ne? Also beziehungsweise die Marke ist dort schon total angesagt. Den tragen sehr, sehr viele Stars. Kim Kardashian, Mönchchen, Pam Batschwe, wurde mal mit einem gesehen von Gossip Girl. Stephanie Pratt auch. Also die Marke ist schon, das Label hat schon einen gewissen Namen. Und jetzt kann ich auch eine Beautiful Bag mein eigen nennen. Darüber freue ich mich. Ja, das war es auch schon von mir für diese Woche. Ich wünsche euch tolle Tage und bis zum nächsten Mal. Ciao!